Also, ihr lacht euch schief, ja? Also, fährt ein Truck im Rückwärtsgang die Straße entlang, ja? Natürlich halten ihn die Bullen auf. Ich meine, natürlich die Polizisten. Wieso er denn rückwärts fährt, fragen Sie ihn. Hey, Monsieur, was haben Sie geladen? Och, nichts weiter, ein paar Fässer nur, ganz hamles Zeug ist das. Sie habe ich nicht gefragt. Sagt der Trucker, muss er meine Ladung in so einem winzigen Bergdorf abliefern und mein Chef sagt, man kann da nicht wenden in dem Dorf. Hey, Meister, was Sie geladen haben, will ich wissen. Ja, Altöl, schauen Sie mal nach. Also, man kann da nicht wenden, ja? Ja, das sehen die Bullen, ich meine, die Polizisten natürlich ein und lassen den Typ weiterfahren. Ist ja wahnsinnig witzig. Ja, genau. Hey, Monsieur, machen Sie mal auf. Na, ein paar Stunden später sehen die Polizisten diesen Laster in dieselbe Straße wieder zurückkommen und der fährt wieder rückwärts. Tatsache, ja? Sie stoppen ihn und fragen ihn, was soll denn das? Warum fahren Sie jetzt schon wieder rückwärts? Da sagt der Fahrer, mein Chef ist blöd. Ich konnte doch wenden in dem Dorf. Ich konnte doch wenden in dem Dorf. Ich konnte doch wenden in dem Dorf. Ich meine, das ist witzig. Aufmachen. Aufmachen. Ja, das ist doch ganz witzig, oder? Nein, man könnte doch wenden in dem Dorf. Das heißt, er hat, also, er ist quasi ein Faschisser. Das interessiert mich auch, was das so. Du kannst natürlich auch was aufs Maul kriegen, wenn dir das lieber ist, Freundchen. Wozu, wozu wollen Sie das kontrollieren? Das ist alt. Oh, hast du das gesehen? Der wollte mich schlagen. Ja, der wollte dich schlagen. Nee, der, der, der wollte ja nur... Hast du gesehen? Der auch. Ja, sicher. Das war nicht zu übersehen. Wir haben dann nur... Ja, au! Hast du gesehen? Der wollte mich schlagen. Ja, der wollte dich schlagen. Und der dich auch. Das war nicht zu übersehen, der wollte auch schlagen. Ja!